Ola, hilf mir! Ich werde umgebracht! Was denn? Von wem? Doch! Hundraa! Die Leute noch leiser, man. Lauter, man. Oh, schade. Wer... Warum sind da vier? Ist... Ist hier ein Schild... Ach ja doch, wir sind ja so viele. Was? Klimper, Klamper, Klonka, Wonka, Wonka. Au! Hey! Du siehst aus wie mein großer Bruder! Das kann sein, ja. Ach so, weil ich der Tiger bin und du ne Katze, hä? Ja! Seht ihr meine Rolle? Seht ihr meine Rolle? Seht ihr meine Rolle? Äh... Ja, du bist Imposter! Oh, ich seh's! Das kann man sehen! Ja, krass, ne? Ja, direkt mal entsorgen, ne? Kringt weg damit! Vigilante, schieß! Hier versteckt sich ein Tiger im Busch! Also Franzi... Ach, hier sind alle! Ach ja, stimmt! Ich dachte schon, ich bin alleine im Haus, ey. Und Franzi hustet? Erstmal wunderschönen guten Abend an alle, die da sind. Hey, was geht? Was machst du denn da? Andi, tut uns so wieder... Duda, was machst du denn da? Neo. Duda, was machst du denn da? Das ist super leise, Entschuldigung. 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 Achso, ne, er meinte... Ja, das ist super leise. Hallo? Hallo? Was machst du denn da? Hast du Bruder gesagt oder du da? Nee, du da. Was machst du denn da? Hm? Das Messer muss aber wieder anfangen. Komm mal mit! Kann ich husten! Mal gelogen! Ja, ganz sicher! Ach, Mann! Okay! Hör doch auf, ey! Wir sind Privatsphäre! Hast du was? Er hat doch gesagt, komm mal mit! Mach mal! Mach ich's nicht! Mach du! Mach mal! Mach du! Okay, ist keiner Killer! Hilfe! 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 Ich bin's leider nicht! Du siehst doch bestimmt schon, dass ich reich bin! Scheiße! Nein! Hast du gerade Gippie abgestochen? Wer? Wer ist du? Achso! Wer ist du? Was hast Maxi gefragt? Das ist ja insane! Interessante Verteidigungsstrategie! Hahaha! Maxi wurde von mir gefragt! Also, ich bin gerade zum Feuer gelaufen! Wo Kuntran und ich standen zusammen, als das angegangen ist! Wo die war eine Party? Ich bin oben reingegangen! MaxFly ist dazugekommen! Ich bin ein bisschen rumgelaufen! Bin McFly mit nach oben kurz auf die Tribüne für eine Millisekunde nach oben gefolgt! Und dann lag auf einmal unten ein toter Kippie! Und vor dem Lichtschalter will ich ein toter Kippie! Ist das ein Ja? Jetzt kannst du kein Ding hier machen! Aber das war ungefähr... Ja! Äh, wir können ja kurz rausfinden, ob er lügt! Äh, können alle Bösen ihre Rolle mal sagen? Aha! Guck mal, wir haben keine Bösen mehr! Da macht er jetzt nicht mit! Hahaha! Aber ich will jetzt keine Zusammenhänge ziehen, die aus dem Luft gegriffen sind. Aber Maxi hat auch nichts zu seiner Rolle gesagt! Das macht ihn sus! Hast du ihn gesilenced und flogst ihn gerade hier richtig ab? Ich will mich besser nicht töten! Ich hab niemanden gesilenced! Ich bin fast! Aber wo? Achso, Judy! Weil, was? Nicht Judy töten! Okay, hab ich mal aufgeschrieben? Ich hab Franzi gewodet! Ich hab Franzi gewodet! Ja, ich auch! Ich bin auch gut, die kann nicht mehr laufen! Verletzt! Ich kann nichts machen! Mein Herz ist auch verletzt, Franzi! Reicht nicht! Knast! 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 Leute, dankeschön für die Sub-Proms! Ich bedanke mich gleich! Ich muss erstmal rausfinden, was da jetzt passiert ist! Ich hab das Gefühl, Gipi war mein Mate! Ich will jetzt wissen, was passiert ist! Das wär frech! Na! Was war jetzt? Was war? Maxi, was war? Ja, Items hat Gipi umgebracht und hat mich dann gemutet und ge-reportet! Hat dich gemutet? Und nicht zustechen! Das weiß ich ja jetzt nicht! Das macht man aber nicht Items! Nee, genau, Items! Das ist aber nicht die Wahrheit! Ist das nicht? Warum hast du nur Sonnenbrille auf? Nein! Was ist da? Ah! Hallo! Maxi! Das war jetzt meine Verteidigung für letzte Runde! Okay, Maxi hat wirklich gekillt anschein! Maxi ist ein Killer! Maxi ist ein Killer! Maxi ist ein Killer! Ab sofort Unnutz! Da kam gerade die Taube an, deswegen hab ich reportet! Aha! Die kam gerade von oben runtergelaufen! Maxi, was ist deine Rolle? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Wenn man dich nochmal gesilenced hat? Maxi! Maxi hat ja schon zwei Mal gesilenced! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Irgendwie glaube ich das nicht! Ich hab eigentlich irgendwelche Beweise, dass Maxi nicht gekillt hat! Ich find's aber eigentlich lustig! Ich find's eigentlich gut! Ich glaub es sind Holler und Alu! Hä? Nee! Nee! Holler hab ich schon echt lange versucht, dass sich irgendwer umbringt! Aber macht keiner! Ja! Die ganze Zeit! Holler flex die ganze Zeit! Ich mach das gleich! Hä? Die Imposter wollen mich ertönen! Die wollen mein Geld! Kann der nicht vor uns umbringen? Juli will dein Geld? Okay! Also Knechti ist ein bisschen erkältet! Wir müssen ein bisschen aufpassen alle! Ne, zieh mal ne Maske an! Nee! Ich hab schöne Haare! Hä? Das ist richtig! Hä? Und ein Horn! Äh... Ja, wieso werde ich jetzt kümmern? Ja, weil du sagst wir wollen dich töten! Nee, wollt mich töten! Ah, ah! Ah, ah! Da bist du ja schon wieder! Was ein Zufall, hä? Was, was für... Oh, spawn ich schon die ganze Zeit bei dir, Mann! Bist du denn wirklich Graviguz? Ja! Ja, aber warum will man dich dann töten? Ja, weil die mein Geld wollen! Kriegen die doch gar nicht, oder? Geht doch nur darum verhindern, dass du kein Geld bekommst! Der ist voll gemein, ne? Also wärst du Imposter, wo du... Komm, Ahmed! Komm, hol dir Geld! Hol dir die Kugel! Was musst du noch machen? Ich war noch zwei! Äh... Achtung! Timit will dein Geld! Ich will dein... Ja, auch! Ey, lass mein Geld in Ruhe! Feih dich von da! Ich glaub, er hat gehustet! Aber alt dreckig! Du bist der... Du bist der... Du bist der Huster! Du... Du, er ist die Taube! Er ist die Taube! Er ist die Taube! Tötet ihn! Irgendwer! Timit ist die Taube! Timit ist die Taube! Irgendwer... Oh, oh! Da bin ich nicht! Timit! Achtung, Franz! Nein! Das hier... Timit ist die Taube! Wo ist der Tote? Auf dem roten Teppich lag eine rote Gans. Oben. Könnt ein Bait gewinnen. Bei den Bildern. Wo genau? Lingen haben wir auf dem Weg zur Bibliothek. Du standest auf der Lächel drauf, ich hab's noch gesehen. Ja. Ich hab noch drüber nachgedacht, ob ich jetzt wie Korte oder nicht. Aber dann kamst du und dann hab ich Angst. Okay. Fühltest du dich ein bisschen ertappt, Nephi, oder? Ne, überhaupt nicht. Ne? Und selbst wenn hätte ich ein übelstes Pokerface wegen der Sonnenbrille. Okay. Und Ado ist die Taube? Ne, die ist Killer. Ich glaub nicht, dass ich die Taube bin. Ich glaub, dass du die Taube bist. Ne, ne, ne. Ich glaub immerhin, dass Franzi die Taube ist. Richtig. Ne, ne, ne. Dann würde ich's riskieren, auf Franzi zu gehen. Ach so, natürlich, ja. Ja, Franzi kann nicht richtig schnell laufen, lass dir ruhig leben. Ach so, natürlich, ja. Franzi raus schmeißen. Okay. Nein, 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 nein. Hallo. Also, Maru war doch... War Maru bait? Ja, ne. Hat er gesagt, oder? Nein. Sieh mir das... Mich doch sogar noch auf der Leiche stehen. Ja, okay, das stimmt. Das dauert ja auch ne Sekunde, bis sie reportet. Das heißt, Nephi ist Dodo. Ne? Knecht, die macht auch noch Faxen. Das ist für mich klar. Ich mach gar nix. Du hast in der ersten Runde so getan, als wenn du die Taube wärst. Ja. Was kann man eigentlich das mit dem Geld holen? Hä? Hast du mein Geld anholen? Du hast gesagt, du dir willst dein Geld? Ja. Really? Da hat man schon mal Lust zu greifen. Ja, okay. Nicht reinstechen. Das ist mein Geld. Nee, das ist mein nicht. Aber bei mir eigentlich... Bin ich der... Ich bin der letzte... Bin ich ja eh. Nee, das geht so nicht. Aber warum sollten die Imposti die Gravy Goose so lange drinnen lassen? Ja, aber warum sollte man die Gravy Goose töten? Hast du das für Boats? Wenn man das extra Geld gibt. Das gibt extra Geld? Oh, jetzt müssen wir einfach killen. Du warst das. Nee. Könntest du euch einfach sagen, ich war, dass du da weggehst? Ey! Holla, hilf mir! Ich werde umgebracht! Was denn? Von wem? Von Nefi? Doch! Mit dir laufen! Und da! Da ist der Reaper! Da ist der Reaper! Da ist der Reaper! Hilfe! Ah! Okay, bitte. Das macht Spaß. Okay, okay. Okay, Franzi. Ja. Der Nefi ist ein Killer! Okay. Ha! Wieder gefunden. Da ist die Daube! Da ist die Daube! Scheiße, scheiße, scheiße! Hopp! Franzi! Okay, wir müssen Franzi decken. Wir müssen Franzi decken, Holla. Ja. Okay, warte. Warte. Wir müssen Franzi decken. Aber wir sagen, wir war's. Wir sagen, wir war's. Holla war's? Wir waren. Okay, ich war das. Nein. Franzi, wie viel brauchst du noch? Ich hab... Ich kann nichts machen. Du kannst... Ja. Okay, okay. Weiter, weiter. Oh! Warte mal kurz. Hast du... Nee. Tibbet, das ist nicht so... Was? Ach so, ich dachte, du wirst mich beschuldigen. Nein. Franzi ist gesilenced. Und auf einmal sehe ich zu meinen Füßen liegt ne Leiche. Ach, du hast das ausgemacht? Du hast das ausgemacht. Ich hab das ausgemacht. Ich hab das ausgemacht. Ihr könnt stolz auf mich sein. Okay. Also, ich will ja eigentlich was sehen. Also, dass das Licht an ist. Ah, ich hab's angemacht. Hm? Moment. Was soll ich dir jetzt noch glauben? Von rechts. Ja? Ja. Ja. Was willst du erreichen? Also, direkt unter ihr. Weil Licht unter meinen Füßen, ja. Also... Also... Dein Killer hat schon gevotet. Schlecht. Ja, dann. Oh. Oh. Habt ihr sich töten sehen? Wir wollten ja eigentlich helfen, aber es wurde anscheinend noch wer anderes umgebracht. Oh. Sorry, Mann. Ja, Franzi. Wir sind jetzt noch... Sind wir noch vier oder fünf? Shit, wir sind zu viele. S couper. Halt' na pretty. In eher cafe. Ich... Sie weinen. Der Silencer. Franzi, sorry. Alles gut, ja. Wagen wir malicz. Wie leichter das. Wieורה SARSEN. Den Innw12x. Den Chin, Então, wo ihr emancipiert ist. Ja, absolute Frechheit. Einmal gesilenced, nee, nee. Irgendwer hat mein ganzes Team umgebracht. War Gipi mein... Wer war überhaupt mein Team? Ich guck mal. Hallo, Gipi war imitator. Du hast alle gekillt von meinem Team. Uff, ich werd heute aber auf dem Poster. Bist ein bisschen gealtert da, du. Hä? Von Baloui gelernt. Hallo Franzi. Hallo. Du warst eben auch nett. Wie süß ich bin. Ja toll. Was machen sie da? Ich versuch die Tür einzurennen. Nimm doch den Hintereingang, ist offen. Siehst du? Das war... Was ist das? Das ist super gewesen. Was hab ich mir gedacht? Wir sollten mal klingeln. Warum? Äh, die Wanger mit zehn Leuten auf einem Haufen. Das ist verboten. Das ist verboten. Das ist verboten. Kannst du nicht klingen als Falken oder was bist du? Doch, doch. Kann ich. Aber so kann ich... Die Knechti wollte euch was sagen. Ja bitte. Wie riecht's in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi. Nach Pipi. Nach Pipi. Nach Pipi. Nach Pipi. Nach Pipi. Es ist niemand tot. Ich glaube, Knechti wollte nur auf Sicherheit gehen. Also ich bin die Rolle, die die Bank auch erschließen kann. Nee, nicht zwar mal hintereinander. Dodo überwächst. Hätte er klappen können. Ich nehm's fürs Team. Oh, oh, okay. What the fuck? Hätte es fast geklingelt werden. Hä, waren dann nur vier Votes von 14 oder so. Ja, aber warum ich? Ja, das hab ich gemacht. Okay, jetzt müssen wir Action machen. Hab ich die... Hab ich die Giftsprinze noch? Ja. Hallo? Wie, was haben wir gerade gemacht? Okay, cool. Ich hab grad Itemstimmung gehört und dachte, das kam von dir. Was denn? Du bist Muffling. Wo weiß er das? Spy. Okay, cool. Julie, was machen du und deine Freunde hier? Wir haben eine kleine Versammlung. Wer war gerade als erstes tot? Das stimmt. Die Runde davor? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum willst du jetzt töten oder was? Nee. Ich frag nur, ob ich fünf Subs abgreifen. Ich hab... Ich hab... Ich muss Husten. Timid, hä? Was für anrotzen? Was? Rie... Seh mich doch an deiner Nase. Ja, dann doch. Wieso groß oder was? Okay, okay. Warte, ich suche mir jetzt. Komm, lass hier einen drinnen sein. Nein, natürlich nicht. Hallo? Ey! Irgendwann musst du einen alleine sein. Julie? Hallo? Magst du Timid oder mich mehr? So fragst Timid. Okay. Ich bin da gerade reingelaufen. Eine completion. Haru ist eingesperrt. Hilfe. Hilfe. Hallo. Willkommen, willkommen. Willkommen. Gäste begrüßen. Wie, was? Judy ist... Was? Wie ist sie hingeschauen? Du warst es. Du warst es. Ich wurde eingesperrt. Du warst es, Timid. Warte mal. Wo liegt sie denn? Ähm... Direkt hinter dir. Was? Nein, also nicht ganz oben über der Bank müsste das sein. Also ich wurde von Baden-Louis und Gippi eingesperrt beim Polizisten. Ja, wir haben keine Entgegenheit. Wir haben keine Entgegenheit. Wir haben keine Entgegenheit. Es ist also Richtung Bar gelaufen. Höchst. Über der Bank. Und der Gitäter müsste eigentlich entweder nach unten über den Platz... Das ist keine Bar. Das ist ein Bistro. Oder... Ist der gerade entstanden, der Kling? Der musste schon länger sein. Das muss wahrscheinlich, als die Türen zugegangen sind. Dann könnte es Timid sein. Ach so. Nein, was? Der kam auch von links bei mir. Timid kam runtergelaufen. Ich bin ja auch ziemlich sicher, dass Tim mit Judy abgemurzt hatten. Wer war vor der Bar? Holla und Eidel. Ich stand mit Franzi. War Timid bei euch oder ist er uns vorbeigelaufen? Timid war mit uns in der Bar. Nee, Timid stand nämlich vor, als die Türen zu waren, ist der runtergelaufen. Timid war in der Bar, als die Türen zu waren. Ja, ja, ja. Mit Franzi und Elfi. War der, als die Türen zu waren? Der Kling kann auch länger sein. Wie lange ist der Kling denn her? Timid ist von oben nach unten gelaufen. Das kann glaube ich keiner sagen. Und in der Bar stand Timid auch drin, als die Tür wieder aufging. Ja. Aber der Wend ist doch zu. Die Tür war zu links. Moment, ist der Wend dann zu? Nee, die Tür war aber zu links. Der konnte da nicht hoch wenden. Dann waren... Dann ist er gleich die Tür gekommen, als sie noch offen waren. Richtig. Nein, als die Türen zu waren, ist mir ein Timid links entgegen gekommen. Ja, das war ich. Dann war es aber nicht der Tim. Ja, aber Timid hat doch gerade gesagt, dass er es war. Ich bin sehr verwirrt. Ich auch. Und ich habe dir mein Baguette angeboten. Guck mal, nur zwei Volt ist sogar wenig. Wäre wenig. Also ist er böse. Okay. Ich bin böse. Man, die Tasks gehen zu schnell. Ich brauche einen neuen schnell. Ich möchte das nochmal machen. Und? Ich gucke jetzt, wer was Items ist. Okay. Ja? Oh. Wer? In der Mitte von uns steht ein Betrüger. Hallo? Ich bin nicht böse. Was ist hier denn von der Versammlung? Naoo.... Auf gehts, Team! Let's go. Alle abfauen, alle abfauen, ich kann ja nicht, ich bin, Leute, ich bin morflig, ich kann nicht. Warte, wir gehen da wieder hin, wir gehen da wieder hin. Ja, 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 wir gehen da wieder und tun so. Lasst mich zuerst rausgehen, ich bin Franzi gleich, ich stelle mich auf die Leichen. Okay, ja, 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 okay. Hä, Franzi? Oh, was denn? Oh, sie sagt ja gar nicht. Ich war das nicht. Komm, wir müssen jetzt suchen und alle angriffen. Wir brauchen jetzt einen Attack. Wir sind im Knast bestimmt. Einfach drüber herfliegen wie so ein Heuschreckenschwarm. Keiner da. Bar, in der Bar, in der Bar. In der Bar! Auf geht's! Jaaaaaaah! Boah, war das strong, oh my god. Das war übel, du. Warum müssen die Toten immer in die Lüse kommen? Du bist der komische französische Marseille. Ich hab mich als Tim mitgemorfen. Mit irischer Musik. Ah, ja. Ich hatte Julie... Ich hab Julie gefragt, ob sie Timmit oder mich mehr mag. Da hat sie Timmit gesagt, ich hab mich in Timmit verwandelt und sie gekillt. Ich hab's! Ich hab's! Untertitelung des ZDF, 2020